Ich grüße dich von Herzen. Schön, dass du da bist und schön, dass du wieder lauschst zu all den Energien des Lichtes und der Liebe. Mein Name ist Daniel Janang und ich möchte dir heute einen Überblick geben über das kommende planetarische Jahr, welches uns erwartet, mit dem Beginn und Höhepunkt des Neumondes jetzt am 28. Juli. Dieser Neumond leitet auch offiziell das Portal und Lichttor des 8 zu 8 Portales, Löwenportales ein. Und so erwarten uns jetzt mit diesem kommenden planetarischen Jahr, von diesem Neumond bis zum August, also Ende Juli, Anfang August, zu diesem Löwe-Portal 2023. Große Energien mit dem Thema im Flow zu sein, komme weiter in den Flow hinein. Mit diesem kommenden planetarischen Jahr, von Moloch, dem Roten Mond, werden wir mit Themen des Wassers, des Fließens und der Reinigung weiter in Verbindung gebracht. Und das bedeutet, dass es jetzt darum geht, noch mehr mit uns selbst, unseren eigenen Energien und den Energien des Lebens in den Fluss zu kommen und zu gehen. Und was das bedeutet, darauf möchte ich jetzt weiter eingehen. Denn diese Mondkraft, Moloch, die Kraft des Roten Mondes, ist auch die Kraft des Feuers. Moloch ist der Gott des Feuers und der Zeit. Und er fördert die Fantasie und Emotionalität. Und sein Element ist Wasser. Wir haben also eine Verbindung zwischen der Feuerkraft und der Wasserkraft. Und die Kraft des universellen Wassers ist das Symbol für die Allverbindung des göttlichen Geistes. Und das, wie du dir vorstellen kannst, bringt natürlich Kräfte vor, wo sich Wasser und Feuer in der Regel bekämpfen. Also sehr viel Emotionalität wird hervorgerufen. Gefühle von Zerrissenheit, Zwiespältigkeit. Aber auf der anderen Seite natürlich eine große Unterstützung der Reinigung in uns selbst, emotionale und mentale Reinigung und der Selbstfindung. Und wir bekommen auf alle Fälle hier ganz viel feinstoffliche Energien, die die Verbindung mit der kosmischen Schöpferkraft fördern und uns in die Harmonisierung auf allen Ebenen bringen. Es wird also in diesem kommenden Mondjahr vor allem das Thema Wasser und seine ganzen Eigenschaften des Fließens und Reinigens hervorbringen. Und so habe ich mir intuitiv und auch auf die Intuition gehen wir ein, eine neue Wasseranlage gekauft und zugelegt. Und ja, dieses Thema Wasser, es bedeutet, dass wir mehr denn je uns um die gesunde Haltung unseres Körpers sorgen und kümmern und widmen dürfen. Und nicht nur das, sondern auch hier weiterhin die Reinigung unseres Körpers und die Transformation unseres Körpers nimmt einen großen Stellenwert in dem kommenden Jahr ein. Und gleichzeitig erfahren wir eine intensivere Wahrnehmung unseres Körpers und vor allen Dingen den Wunsch, mehr auf der Gefühlsebene erfahren zu wollen, also sinnlich leben zu wollen. Viel sinnlicher noch als je zuvor dabei. Und so wirst du aufgefordert sein, dich noch mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und alles das noch mehr in den Flow, in die Balance zu bringen, was für dein seelisches Gleichgewicht wichtig ist und was dich daran auch stabilisiert. Mit dieser Kraft, die wir jetzt bekommen, mit diesen Energien, die wir jetzt bekommen, wirst du eingeladen, mehr noch in eine innere Reinigung zu gehen. Und das bedeutet, wir gehen noch tiefer hinein in die Tiefenreinigung unseres gesamten Wesens und unseres gesamten Selbstes. Erlaube es dir wirklich von allem, damit sämtlicher grobstofflicher Ballast auch in deinem Körper abfallen kann und darüber die emotionale Reinigung und die mentale Reinigung weiter vorangebracht wird. Achte darauf, deinen Körper gesund, sauber und gepflegt zu erhalten. Und du wirst spüren, mehr und mehr über diese Reinigung, dass wir und du mehr feinstofflicher wirst und fühlst, dass du ein feinstoffliches, kosmisches Wesen bist. Und so kann es passieren, dass ganz viele innere Stauzonen sich jetzt weiter zeigen und aufgelöst werden wollen, sogar schmerzhaft bis auf eine Maximalspannung gebracht werden. Und das bedeutet, dass viele an dem Punkt gebracht werden, wo sie ja mit dem Rücken an der Wand stehen. Und wir können das nicht mehr länger ignorieren, denn alles, was jetzt noch blockiert ist, wird sichtbar und erhöht den Druck und erhöht ihn so weiter, dass wir in eine intensive Selbstreflexion kommen. Dieses kommende Jahr mit dieser Maja-Kraft-Muluk, der rote Mond, wird wahrhaftig ein Blockadenbrecher werden. Und so werden wir aufgefordert werden, noch wirklich notwendige oder leidensmäßige, leidenswerdende Kursänderungen vorzunehmen und die werden jetzt eingeleitet. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu schauen, wo habe ich in mir noch Stagnation, Widerstand oder wo herrscht Druck. Wir können das sehen an den Bereichen der Organe, an den Gefühlen und Gedanken, die uns noch beherrschen, denn genau diese Bereiche wollen jetzt wieder ins Fließen gebracht werden und beendet werden. Gib dich dem ganz hin. Tauche ein in dir selbst, in den Fluss des Lebens und tauche ein in deine innere kosmische Weisheit, die du in dir trägst. Und gleichzeitig damit werden auch viele versteckte Anteile, Ressourcen und Fähigkeiten aber auch sichtbar. Alles, was in unserem Unterbewusstsein noch schlummert und nicht geheilt, gereinigt und ausbalanciert ist, siehe deine Unterbauregion, wird an die Oberfläche unseres Alltagsbewusstseins gespült. Und so brechen vielleicht auch nochmal plötzlich alte chronische Erkrankungen auf, emotionale Wunden, weil wir bis in die tiefste Tiefe unseres Seelengrundes gebracht werden. Ja, schaue auf deine Träume und jetzt geht es darum, lasse dich intuitiv führen. Diese Eigenschaften des Fließens bedeuten immer, sich leiten und führen zu lassen. Und so werden wir auch natürlich in dem kommenden Jahr, der Rote Mond, Muluk, mit dem ganzen Thema Blut, Lebenskraft in Verbindung gebracht. Letztendlich geht es in diesem kommenden Jahr um unsere Existenz auf allen Ebenen unseres Seins und auch um die Reinigung der Blutsbande. Und sofern du da noch für dich, dich in die Reflexion bringen möchtest, lade ich dich auch gerne in eine, eine, eine meiner Seminare und Workshops dazu ein. Die Information findest du auf meiner Webseite. Es geht um existenzielle Grundfragen. Viele werden sich jetzt fragen, bin ich noch richtig an meinem Arbeitsplatz? Bin ich glücklich? Bin ich erfüllt? Wo möchte ich mit meiner eigenen Essenz hin? Bin ich unzufrieden? Bin ich sogar noch krank? Bin ich schon mit meinem Lebensumfeld wieder in Harmonie? Es geht um eine tiefe Selbstreflexion. Und darüber werden sehr viele erwachen. Denn wir sind diese erste Erwachenswelle, in der jetzt viele Menschen sind, geht ungefähr bis 2025. Diese erste ganz große Welle des Erwachens. Die zweite Welle wird kommen, circa von 2025 bis 2030. Und die dritte Welle, circa von 2030 bis 2025. Und all das kann sich auch überschneiden. Bis wir vollkommen uns in dieses Friedenszeitalter gebracht haben. Uns stehen große Wellen von Reinigungen bevor. Und es gibt nur noch das Jetzt. Es gibt nicht mehr, so wie es in der alten 3D-Matrix war, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich das schaffen. Und wenn ich das, das funktioniert alles nicht mehr. Denn jetzt geht es nur noch um das schrittweise Vorangehen. Es kann nichts mehr geplant werden. Es geht nur noch, ich bin da. Ich folge meiner Intuition. Der Weg ist das Ziel und der Weg und sein Verlauf. Und erst beim Gehen werden jetzt die Pläne und Schritte sichtbar. Und das kann für ganz viele Planer und Kontrollfreaks definitiv mit die größte Herausforderung werden für die kommenden zwölf Monate. Denn erst beim Unterwegssein jetzt wird sich sehr viel zeigen. Und gleichzeitig beinhaltet das ganz viel Flexibilität. Denn es kann sein, dass du vielleicht an einem Ort bist, an einem Platz bist, wo du dachtest, du bist da richtig. Und dann auf einmal siehst du, dass es doch nicht richtig ist beziehungsweise stagniert beziehungsweise eine Erfahrung sein sollte. Und dann haben wir jetzt die Aufgabe, ganz schnell in ein Feintuning aus Korrigieren dessen zu gehen. Letztendlich geht es jetzt immer um den gesamten Seins- und Erfahrensbereich. Wir werden mit dieser Roten Mondkraft generell ganz stark weiblich gepolt sein. Und damit ist das Thema Weiblichkeit in allen Facetten, auch die verletzte Weiblichkeit, die gesamte Gefühlsebene ein ganz großes Thema in den kommenden zwölf Monaten. Und ja, ich habe das gelesen in den Kommentaren bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Hormonschwankungen und Monatsblutschwankungen können jetzt sich auf alle Fälle zeigen. Denn es ist, wie ich sagte, gerade im Unterbauchbereich ein ganz tiefer Reinigungsprozess. Und gleichzeitig werden die Männer in sich sich erinnern und erwachen an die Liebe der kosmischen, göttlichen Mutter. Und auch da werden sich viele die Frage stellen, welche Rolle spielen und spielt die Frau in meinem Leben an meiner Seite? Welches Frauenbild habe ich? Und dies werden wir kollektiv sogar beantworten. Denn jetzt will gerade in diesem Jahr die weibliche Ahnenreihe und die weibliche innere Seite geheilt werden und in die Kraft gebracht werden. Und das bedeutet, dass wir in ein ganz großes Gefühlsspiel kommen werden. In ein Gefühl der Sinnlichkeit, in ein Gefühl des sich-leben-wollens. Denn jetzt wird wirklich der Magnetismus zwischen den Geschlechtern eröffnet. Und das innere Kind, gerade das innere Kind, möchte nochmal und immer wieder noch freier werden in der Liebe, in dem Leben und in dem Sein. Wir erfahren im kommenden Jahr eine große seelische Entwicklung. Nämlich die Entwicklung, uns zurück daran zu erinnern, dass wir göttliche Wesen sind. Zurück zu erinnern an die eigene, wahre Natur unserer Kraft und Seele. An die eigene Göttlichkeit. An unser hohes Selbst. Und so kann dieser Prozess, genau dieser Prozess, wichtig sein und er kann spannungsgeladen sein, weil er existenziell ist. Er kann schmerzhaft sein. Aber er macht Platz genau für die wahre Präsenz und für das wahrhaftige Bewusstsein, das wahre, lichtvolle, göttliche Wesen in uns. Und so wird jeglicher Widerstand diesen Prozess auch verlängern. Übe dich darin, dich dem ganz hinzugeben, dem Schmerz, dem Fühlen, der Leere, dem inneren Sterbensprozess. Und lass dich dort durchführen und durchtragen, selbst wenn es fast unmöglich erscheint. Viele werden durch die dunkle Nacht der Seele gehen und auf der anderen Seite wie Phönix aus der Asche hervortreten. Wachstum braucht fließen. Und generell werden die kommenden Monate für das neue planetare Jahr uns mehr in einen gesunden Ausdruck der Selbstliebe und des Selbstwertes bringen. Und vor allem natürlich in einen inneren Zustand von mehr Zufriedenheit mit sich selbst nämlich. Und damit auch emotional ausbalanciert und unabhängig. Gerade was das Thema Liebe, Selbstliebe, Liebe betrifft. Denn wir wollen, sofern die Selbstliebe nicht in Balance ist, immer noch von außen Energie aufnehmen, bekommen, erfahren und gefüllt werden. Jedoch durch diese intensive Selbstreflexion jetzt in dem kommenden neuen Jahr, werden wir spüren und erfahren, dass wir nur in uns selbst all das schöpfen können, was wir uns für unser Leben wünschen. Und so werden wir unabhängiger vom Außen. Und natürlich, ganz klar, werden ganz viele in diesem Erwachen mit diesen Wellen aus all diesen vielen Machtspielen im Außen aussteigen. Und all dieses Hin und Her von Energien, Rauben und Austauschen gibst du mir, gebe ich dir, wird sich auflösen. Da wir, wie gesagt, uns viel mehr an die kosmische Quelle uns und uns selbst anschließen werden. Und wie ich schon berichtete, wird das ganz große Schlüsselwort sein für das kommende Jahr. Lerne zu empfangen. Bist du bereit zu empfangen? Und dann schau, ob gleich dein Verstand losgeht oder ob du tief atmen kannst und in dir dich selbst hinsetzen kannst, um dich selbst zu empfangen. Und das hat ganz viel auch mit weiblichen Themen zu tun, dessen kann ich das empfangen, kann ich das halten, muss ich zu viel rausgeben. Also wir werden in ein tiefes inneres Urvertrauen gebracht. Und genau das ist das, welches uns in die innere Einheit, Liebe und Stille und den Frieden bringen lässt mit uns selbst und der kosmischen Quelle. Bringe dich selbst in deine Mitte in Balance, denn von dort aus strömt der innere eigene Quellfluss. Alles, was sich im Außen noch ablenkt, wird sich jetzt auflösen, auch mit der eigenen inneren Entscheidung. Denn nichts im Außen ist das, was den Menschen in das Leiden bringt, sondern es ist immer von innen nach außen in das Leben getragen. Dein höheres Selbst wird dich jetzt noch viel intensiver führen, als du dir vorstellen kannst, wenn du dich dem Himmel gibst. Wenn du es einlädst in deinen Tag und in deinem Leben und dich vollkommen aus Leidensmustern erlöst und befreist und diese loslässt. Ja, das Zauberwirt wird also sein, in den kommenden zwölf Monaten die Hingabe und das Vertrauen zu halten. Wir werden in die Seele, in das höhere Selbst, in den Fluss des Lebens und in das Universum. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes, im kommenden Moologja, auch seelisch und kollektiv entrümpelt. Und so werden wir erfahren, in dem neuen planetaren Jahr von Moolog, dass alles im Leben einem natürlichen Zyklus unterliegt. Und dass alles auch ein Anfang und ein Ende hat. Eine Zeit des Werdens und eine Zeit des Vergehens. Und eine Zeit des Wachens und des Schlafens. Des Aktivseins und der Ruhesein und der Regeneration. Und so wünsche ich dir einen guten Start in das kommende neue Maya-Jahr, Energie-Jahr. Diesem großen Wachstumsjahr für uns, für unsere seelische Entwicklung.